Willkommen bei einer weiteren Runde von mal wieder im Handgemenge unterwegs, aber heute mal mit Charakteren, die ich gar nicht raffe, wenn ich nicht klarkomme. Ich bin gespannt wie das hier wird. Natürlich, Gegner gleich. Sehr hohes Prestige. Und ich mit Morden. Das kann hier heiter werden. Es gibt eine böse Klatsche. Ganz sicher. Und mein erstes Verkirchen. Nein, lass den Quatsch. Oh, ich hab irgendwie alles geahnt. Mal wieder Vortex, aber was machen? Ah, höh. Zack. Ah, okay. Ah, das machen wir. Hör auf, ne Quatsch. Ah, hör doch auf. Ah, geh weg. Ah, getroffen. Was? Was? Das sei ja saugut. Oh, wieder Haufen im Quatsch. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Ja. Ja. Haha, wir wollen. Ja. Wuh. Damit hab ich nicht gerechnet. Ah. Mit Wollen. Da hab ich eine. Eine Prestige-Fastball-Kürre kaputt gemacht. Heute zwei. Prestige 18, yeah. So, ich bin jetzt auch noch Kleinkrieg. Wo hat mein neuer Main? Spass, wie wird er nicht? Ah. Genau. Meine Nase juckt. Hoppla. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Ja. Ah. Ich will dich erst erstmal mit dem Vortex, ja? Also, wenns gegen mich verwendet wird, will ich ihn eigentlich nicht so oft verwenden. Oh, weiter auf, ne. Oh, weiter auf. Oh, das ist ja sauer. Ah, na, 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 na. Oh, grad. Oh, oi, 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 oi. Oh, nein. Oh, jetzt bin ich geschubst. Und vorbei. Oh, und mein neuer Main. Yeah. Spass, Spass. Geht er nicht. Ich hab jetzt einfach nur einen glücklichen Lauf. Wuh. Oh. Oh, Gott. Ich hätte echt nicht erwartet, dass ich schon geworden irgendwas hingekriegt. Obwohl er Prestige 1 ist. Nein. Das war einfach nur, was ich mit ihm ein paar Mal gespielt habe. Nicht, was ich ihn kann. so. Erf ich in die Runde zu schubsen, ey. Kommst du an jemanden? Nein, kommst du nicht? Oh, block dich schlag, block dich schlag. Ernsthaft? What? What? Oh, what? Oh, what? Oh, Heute kann nur ein guter Tag werden, lass mich zu dir Oh, komm, der Kopfnuss, hau ihn kaputt Laufbringer, Laufbringer Ich weiß, er heißt Laufbringer, aber trotzdem Mach ihn fertig, andersrum Laufbringer, mach ihn kaputt Ah, komm schon Oh, irgendeinen kleinen Move Ganz klein Komm, füll deine Energie auf Bereit, okay What? Gut, er hatte sowieso keinen D mehr, aber What? Ich bin ein einziges Mal gestorben Mit Warden Nice Gut, das sehen wir uns gleich im nächsten Match Mit dem Raider, oder dem Laufbringer Auch einer von den Charakteren, die ich nicht drauf hab Dann, bis gleich Willkommen zur nächsten Runde, diesmal bin ich mit dem Raider unterwegs Ich habe einen Prestige 23, kennt sie in meiner Seite Ah, er kämpft dafür gegen einen anderen Plünderer, der Prestige 8 ist nicht level 8 zu hoch Und gegen einen Centurion Ja, der Raider ist so ein Charakter, mit dem ich überhaupt nicht klar komme Und wir werden ihn überhaupt bringen Ich habe ihn vollkommen, hat gesagt Wie gesagt Nein, ich hab ihn nicht gesagt Grrrrrr Naja, den Patch den Ubisoft gebracht hat War eigentlich ziemlich unnötig Einzige, was er gemacht hat, war Ähm, dass Shinobi und Centurio Es wirklich zu den Klassen Meuchler und Hybrid zählen Und, ähm, dass sie bei der Rolle Dass sie bei der Rolle immun gegen Guardbricks sind Was sie vorher scheinbar nicht waren Ihr sollt auch werden zu reden, ich kann mich nicht konzentrieren Und was sie noch eingeführt haben, ist, dass Ragequitter eine Strafzeit kriegen Allerdings nur fürs Matchmaking Ja, ich muss mich konzentrieren jetzt hier Es kommt ja da nicht dran Boah Wir haben so viel Glück gehabt, ne, sowas Jeder mal runtergeziehen So, hat ein Treffer Hat ein Treffer Ach was Keine schwer an Weichen, nicht? Aber jetzt kommst du da dran Ach, komm 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 Ach, 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 komm 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 Ich will keine Niederlagen mein Video Ach, ach, mach So, dann, ach, im nächsten Kann man ein bisschen weniger reden Vielleicht klappt es dann besser oh das war ein guter fake das war ein keenhaken vielleicht sollte ich auch mal wieder kill zu spielen ist schon etwas eher ja 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 ich suche die meisten auch haben ja mal ein trick zu machen und nicht aufnehmen drücke sie ist auch durch egal ob sie gut oder niederlage ausnahme ist wenn die leute gleich am anfang lieben oder mittendrin oder die cs haben ich denke kämpfe gegen bots will keiner sehen ich vergesse ich vergesse ja ja Ich bin einfach weg, haha Oh, ich wollte eigentlich... Fakten Ah, ich habe auf meine Ausdauer nicht geachtet Schön Ich bin... Carry bei Kensee Ah, wie ich so hart gefehlt am Ende Kommst wieder angesprungen Komm, ich habe jetzt pariert, kannst du ja sehen, was du willst Was ist das denn? Oh Mann! Lock mal oben! Ich habe keinen Bock mehr! Irgendwie... Ich sehe das immer beim Raider, gut Ich sehe das gegen Charakter, ähm, beim Raider hauptsächlich Ich sehe das gegen die Oh Mann! 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 Ei, komm schon Widerlich noch nuovo damit Und danach muss ich nochmal den Lawbringer haben Und das wird genau so ein Horror Und ich habe es aber auch sehr viel falsch gemacht Unser Kampf Oh Aber eine Runde habe ich nicht Vielleicht zwei Vielleicht zwei Okay, diesen Kampf gewinne ich Was ist mir hier Wenn der Wind of the Brook kann ich mal wieder die Runde Ist das ein Wider? Oh nein, komm hier Komm hier Hier Oh, ich habe hier Abbrechen, aber gut, dann lassen wir das immer. Irgendwie kommt seine immer an. Ich glaube, ich habe das dritte Mal, oder was? Seine ankommen, meine nicht. Hau ab. Ich bin der Kulimpeta! Ich bin der Kulimpeta! Ich bin der Kulimpeta! Oh, Mann! Ah! Ja, ja, ja! Ich kann das Rage gritten! Nee, Mann! Gut, mir war aber klar, dass das Match so ausgeht. Ich spiele mit dem Raider, was? Habe ich denn erwartet? Wo laufe ich hin? Ah, okay. Was? Ich habe mich aber zur Seite ausgewichen. Jetzt kommt man an den Fuß, Alter. Oder auch so. Was fängt das wieder an, ja? Siehst du, geht Ausdauer abziehen! Incombinance! Ja, ich habe ihn! Ja, ich habe einen Kill gemacht! Ich habe eine Runde was Brauchbares gemacht, ja, direkt feiern wir uns, ja! Ja, dann bis gleich mit dem Lorebringer, ey! Danke! Bis gleich! So, und jetzt zum Lorebringer Kampf! Ich habe direkt am Anfang einen Bot! Weil mein Mate gelieft ist, oder die PC hat er. Normalerweise würde ich diese Aufnahmen nicht nehmen. Aber, schauen wir mal, wie das wird! Runde 1! Runde 1! Na, schauen wir mal! Wenn die Gegner sind auch nicht unbedingt so hoch von der Erfahrung her, der Orochi! Oder, was querlicher! Hallo? Bist ihr da? Hallo? Ah ja, okay! Ich wollte nur wissen! Ja! 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 Ah, nein! Ja! Ja! Nein, das war mir! Okay? Was? Ah! Den Neroji habbi! Habbi ist nicht mehr. Ich bin geladen. Okay. Dann nehmen wir so. Oh, was? So kommt auch ein Angriff. Hey! Hey! Das bin ich auch ruhig zu Ende exekutieren lassen können. Es ist nicht viel im Leben ausgemacht. Ha! Der Bot hat den ganz schön auf die Hand gehauen. Zack! Ich rede gerade ziemlich wenig, merke ich da. Ich spiele da nicht an. Oh, und rüber! Und! Komm her! Ah! Nein! Ja, Kollege. Ha! Der Bot hat den Neroji auch kaputt. Okay. Was hab ich für einen Bot hab ich? Was ist denn das für ein Killer? Schön! Freut mich, dass ich so einen Bot hab. Das ist ja noch so gut wie ein anderer Spieler. Schön! Noch einmal der Orochi! Noch einmal der Orochi! Nein! Nein! Ich glaub hier. Nooo! Was mach ich denn? Kämpfen wir jetzt oder wie sieht's aus? Oopst! 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 So siehts aus! Ah, ok! Naa.. Gibt kein gut gekämpft! Gibt kein gut gekämpft! Ah, schade. Ja, das ist so low. Richtig low diese Leute! Richtig low! Merkt euch diesen Namen! Grüßt ein Weicheier. Da hab ich schon einen Bot, da müssen wir noch unvergämmen. Und die Frau seien sich ein Roger der Shinobi ab! Ah, verpiss dich, Alter. Ah, was hast du denn gemacht? Oh, schade. Warum hat der Schubs eigentlich nicht angekommen? Normalerweise kommt der da ran. Ha! Geil vorne! Schönes Ding. Hat's der Bot gemacht. Los, alle beide! Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal! Vergesst nicht zu liken, abonnieren, zu teilen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal! hot! Einenias! Beidee!